Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ne, zu einem neuen Format, Nahuto, Ninja, irgendwas. Ja, wenn es hier mal reschladen würde, mein Team, dann könnt ihr euch zeigen, ich spiele das Spiel schon drei Wochen. Ich habe auch VIP, wie VIP heißt, ja, Geld investiert schon, naja, darüber rede ich mir mal nicht. Ja, ich habe schon 3.000 noch was aufgeladen, auf 12.000, auf 6.000 schaffe ich leider nicht mehr heute. Ja, ich habe auch schon mal mein Team ist jetzt geladen. Nein, 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 nein. Ja, ich hab, ähm, mein Coeur hat mich grad gefragt, ob ich mit dem Legops 3 zocke. Ihr könnt mir ja privat schreiben, wenn ihr mit mir immer zocken wollt. Manche die ganze Zeit auf Arena, ich wollt auf Wachstum. Also ich hab Kakashi Attack auf 2, das ist wie One Piece, ähm, von grau bis lila, Gold gibt's ja, ne, das ist wesentlich nicht. Es geht aber nur bis 3 hier, ich hab lila 2 schonmal, Kakashi und das ist übrigens gut. Ich bräuchte Kakashi auf 1, also auf lila 1, damit ich ihn auf 3 machen kann. Ja, deswegen hab ich schon mal die Event mitgemacht, 3.000 Euro für den Kakashi bekommen. Ja, die kennt ihr bestimmt alle. Ich hab, Naruto Uzumagi, Minato, Schutzgara. Also es gibt verschiedene Sorten von Garu, wie zum Beispiel Whitebeard, x Whitebeard, das ist zum Beispiel Gara. Äh, junger Kunumaru hab ich, Deidara hab ich zweimal, den kann ich auf plus 1 machen. Hidan, Kaputo Zenen, nochmal Deidara, Kaputo, also Kaputo in der richtigen Form, Orochimaru, Asuma geht leider nicht auf lila, Chiraya hab ich, Kakutsu und nochmal Kakashi Ataage. So, Massaklan. Ähm, bekommst du was? Ich hab grad herausgefunden, dass du die Körperkraft erst annehmen musst, wenn ich... Naja, aber ich brauch Energie so ein bisschen, weil ich wollt gerade Ausnahme machen und das alles. Okay. Angenommen, an, noch nie angekommen. Angenommen. So. Wow, viel Körperkraft. So, ich zeig euch mal. Der Server ist noch nie so alt. Ich bin auf Platz 10. Oh, jemand hat mich angegriffen. Der hat mich angegriffen. Ich weiß nur, ob der mein Clan ist. Ach, der greift mich ständig an, der hat aber auch keine Chance gegen mich. Ihr kennt die bestimmt alle... Ach, hier ist mein Team. Ja, ihr seht, wenn ihr die Charaktere nicht kennt, das ist Nahudo. Also ihr kennt die bestimmt, also jeder von euch kennt Nahudo, aber... Ja, ich hab Hinata im Team. Rock Lee und Sasuke. Ähm, gegen Hinata kommt dann Kaputo Senen, weil Kaputo Senen tut ihn wiederbeleben. Und ja, und dafür kommt Sasuke. Sasuke kommt raus gegen Minato vielleicht. Weiß ich nicht. Oder gegen Daedara, weil ich Daedara auf 1 machen kann. Das ist wie One Piece. Man kann Steine geben, die Verbesserung sind. Und das alles... Ich zeig euch mal die Top. Ähm, B-Bog. B-Dog. Weedman. Chiraya. Rx Chiraya ist im Team. Hamachi Senyu auch. Ähm, dann dieser... Ushia. Das heißt, ich bin... Platz 10 momentan. Hier ist hier, wo die Faust ist, die Körperkraft. Ich könnte theoretisch... Sechster Platz sein, aber in dem Spiel kommt er noch... manchmal Glück, manchmal hat der Crit raus und das alles. Und manchmal kann ich gegen die nicht gewinnen. Ich würde gerne einen Arena-Kampf machen, aber ich habe schon... verbraucht. So... Wettbewerbsspitze. Das ist wie... Ähm, bei One Piece hier. Mit... Äh, mit 3 Fünfer-Teams hier. Ersten Team mit... Äh... Hinata. Nahuto. Mit... Ähm... Minato. Nahutos Vater. Kakashi. Und Oshimaru. Im zweiten Team. Schutzgara. Hidan. Li. Kaputusennen. Und... Dings. Im dritten Team. Das ist eigentlich sinnlos. Ähm... Daidera. Junge. Drei Tanks. Einen Heiler und Einen Angreifer. Hier ist es so, hier musst du... Wenn du das erste gewinnst, hast du das erste gewonnen. Wenn du das zweite gewinnst, hast du insgesamt gewonnen. Du brauchst zwei Siege. Wenn du das zweite verlierst, entscheidet das dritte. Ähm... Das ist hier so ein Bug. Das hat dreimal den Fisch. Ich kriege noch anderen. Ja, komm Black Wolf. Guck mal, ob wir den besiegen. In der Arena besiege ich den. Ey, ich kann euch da mal den gelben Sound anmachen. Der ist so chillig. Ja, der nimmt gleich sein Hauptteam am Anfang. Genau. Ach ne, Black Wolf. Ne, das ist nicht sein Hauptteam. Sein Hauptteam ist mit Schutzgara. Ach, ich weiß nicht, ob ich gegen das gewinnen. Hm. Achja, die Beschuss sind so wie Schutz. Digit so One Piece. Ne, so. Müssen wir theoretisch gewinnen. Oder auch nicht. Komm, Kak- Ja, Kakashi ist da. Ey, ich liebe Kakashi. So, mein Lieblingscharakter. Schreibt mir mal unter die Kommentare, was euer Lieblingscharakter ist aus Nahuto. Ich will mal so ein bisschen Abwechslung bringen. Kaputusennen ist so geil. Den spielt fast jeder. Der tut einfach einen wiederbeleben. Schutzgara hat so einen Spezialattack. Da kriegt jeder so ein Schild. Und wenn die angreifen, tut es einfach hier. Da würdet ihr sehen, wenn die angreifen. Ne. So, wir haben zwei gewonnen. Wir haben insgesamt gewonnen. Wir sind jetzt 15er Platz. Von 18. Da sind dann noch solche Bots dabei. Zeig ich euch mal. Hier die. Die Bots, die kann man schlecht besiegen. Hier, die sind zu stark. Oh, Hobbit. Das ist der erste Okage. Ich kann den Namen nicht auch sprechen. Hamashi Zenyu, glaube ich. Na komm, geh auf Arena. Ja. Gegen Hobbit gewinnt ich in der Arena zum Beispiel. Der ist übelst stark. Der hat Okaputusennen. Und er tut immer einen wiederbeleben. Und das fuckt übelst ab, wenn er den wiederbelebt. Dann hat er noch zwei Heiler im Team. Zwei Heiler im Team sind so der pure Abfuck. Ich spiel nie mit zwei Heilern im Team. Weil das ist so sinnlos. Hier, das ist sein Hauptteam. Das ist Hobbits Hauptteam. Das ist so unnumal stark. Mit zwei Heilern. Wenn Neji Yuga tot ist, würde er den einfach wiederbeleben. Guck, der macht einfach 16k. Ihr habt es gesehen, der hat wiederbelebt. Hier der zweite Okage noch. Der ist so stark, ey. Und dann noch mit zwei Heilern. Das ist so der pure Abfuck. Okay, ich weiß nicht, ob wir das gewinnen. Ne, das verlieren wir. Hier, guck dir das an. Jo, verloren. 2 zu 1. Ursprung Geschenk. 2 zu 1. 3 zu 1. 2 zu 1. 2. Hör. 3 zu 1. 5. 3. 7. ich bin bei team tagger das geht bis bis zum vierten jahr weltkrieg ich bin nicht zwar der beste auf dem server aber hier es haben nur fünf mann geschafft so weit zu kommen ich bin besser als der beste auf dem server hier der bieter habe ich habe schneller geschafft aber man kann ja freunde mitnehmen und das alles das ist wie bei one piece fangen wir mal das erste kapitel an woher der lieder haut man einfach so mal 40.000 ausschattel mal die ich mir hoch weil er so unnormal stark ist oder von mietmann der das sehr sehr stark mal den hier mit nero als der hinter gesehen dass von unserem clan der anführer ich will nicht sagen dass der schwache sauber studie mit links besiegen wir haben gerade neue information erhalten die gruppe akatsuki schlecht sich in amerika kura heran sasuke weiß okay mach keine sorgen meister ich gebe mich dort mal umzuschauen kommen kommen sicher zurück ja sei beruhigt guckt euch mal an wie viel die gleich raushaut wenn er zuerst angreift 20.000 super haut bei mir kakashi nicht mehr jo die janete das schaffe ich nicht guck mal wie viel die an schaden raushauen hin hat das jetzt schon dauern ich brauche kaputus sender kaputus sender hat doch mehr live hier habt ihr es gesehen dass man so 39.000 die zerfetzen ich wäre immer erst fragen haben wir mal alles mit es lang besteht das ganz kapitel bekommt man halt diese bonus dinge der haut erst mal 13.000 aus darf jetzt keiner mehr sterben dann bekomme ich noch s rangs darf maximal 2 sterben bloß dann bekommst du noch s rang leider habe ich kein heiler mehr das fakt so ab nein fack das ab hier mit dem normalen mission hast du bereits 90,2 8 prozent der spiele wird drauf musste mal überdenken doch nenne gegen die pain in die pain ich mag pain netze so bald kann ich mir auch welche zusammenstellen da wird mein zweiter team viel besser ich schick dann auch mal körper körperkraft hat mir kommt noch mal geschickt alles so würde man zusammen hier ich habe bald das ist von garada fordert den habe ich bald zusammen ich bau noch diese kack klone itachi habe ich bald zusammen genau ich kann schon wieder day darauf haben wasser moment was was naja das war es mit der folge hat noch einen schönen tag w 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